Moin, mein Name ist Thomas Malz von T.Malz Immobilien und wir möchten Ihnen heute eine sehr interessante Immobilie vorstellen nahe der Flensburger Förde und genau zwischen der Hafenstadt Flensburg und Kappeln an der Schlei. Um Ihnen die Immobilie ein bisschen näher zu bringen habe ich mich heute wieder mit meiner Gesprächspartnerin Julia Clausen von Ancora Film zusammengesetzt. Wir beide möchten ein bisschen den Charakter in einem Interview der Immobilie herausarbeiten. Hallo, jetzt war ich überrascht. Ich dachte es kommt die erste Frage. Hallo Thomas, schön dass ich da sein darf. Hallo Julia, du bist ja heute das erste Mal hier und jetzt mal bevor du anfängst mit deinen Fragen. Wie war dein erster Eindruck als du hier reingekommen bist? Wow, es ist wirklich richtig 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 schön. Sehr speziell, also alleine die Geschichte die dahinter steckt ist wirklich schon interessant und das spürt man im Haus, finde ich. Wie ging es dir? Ja, mein erster Eindruck als ich mit der jetzigen Eigentümerin durch diese Immobilie gegangen bin, hatte ich eigentlich, war ich erst mal sprachlos. Ich habe einfach nur große Augen gehabt und einfach die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht, weil mir so viele Dinge aufgefallen ist und bei jedes Mal, wenn ich in den Raum wiedergekommen bin, habe ich wieder neue Sachen gesehen. Also hier im Wohnzimmer ist es einfach diese ganze Situation mit der Bühne ist einfach wunderschön. Wir haben hier einen ganz tollen Kachelofen, der jetzt einfach toll gearbeitet ist. Das ist zum Beispiel ein modernes Element, was man hier mit diesen alten Elementen zusammengefügt hat. Es gibt Fliesen in der Küche zum Beispiel, worauf Bilder gemalt worden sind vom Eigentümer, von Bildern, die es aus der Umgebung hier gibt. Die Türen, die man hier in dem Haus sieht, sind wunderschön. Die dazugehörigen Drückergranituren. Also eigentlich jedes Mal in jedem Raum kann man immer wieder was Neues entdecken und das finde ich, macht diese Immobilie so spannend. Und es ist egal, wann man kommt, ob man zum fünften oder sechsten Mal auch hierher ist, man findet immer wieder was Neues. Das ging mir genauso. Was denkst du denn, wer hier in Zukunft wohnen könnte? Ja, also ich glaube, das müssen Menschen sein, die einfach so, kreative Menschen müssen das sein, die ganz viel Raumgefühl brauchen, die ganz viel Räume brauchen auch, um sich zu entfalten zu können, die einfach in so einer Phase ihres Lebens sind, wo sie auch ein bisschen Ruhe brauchen und einfach eine Wohlfühlumgebung haben möchten. Drinnen und draußen. Ja, das stimmt. Das würde wirklich gut passen. Also das spürt man schon. Es sieht ja alles so perfekt und in sich stimmig aus. Muss man trotzdem noch irgendwie was machen hier, wenn man hier muhen möchte, zum Beispiel Heizung oder Dach oder ähnliches? Genau. Da sprichst du im Prinzip eine Sache an, die auf alle Fälle gemacht werden muss bzw. um die man sich Gedanken machen muss. Also es ist noch nicht sofort so, dass man die Heizung auswechseln muss, aber es ist eine, also die funktioniert. Es läuft einwandfrei, aber man muss sich glaube ich für die Zukunft überdenken, was für ein Konzept, Energiekonzept man hier machen kann. Ansonsten, es handelt sich um ein altes Haus, was über 100 Jahre alt ist und ich glaube, da ist immer was zu machen. Man muss jedes Jahr, muss man irgendwie immer auch irgendwie dranbleiben so. Aber das macht den Reiz dieses ganzen Hauses ja auch aus. Also man hat hier viele alte Elemente, neue Elemente und da muss immer irgendwie mal was gemacht werden. Aber alles irgendwie finde ich im überschaubaren Rahmen und ich glaube, man kann hier gleich anfangen wunderbar zu wohnen. Erzählen wir noch mal kurz, ich habe es ja so angekatzt. Es gibt ja eine Geschichte dahinter. Wir sitzen jetzt hier eigentlich im alten Saal. Dahinter uns ist sogar eine Bühne. Warum? Also es ist ja nicht ursprünglich zu Wohnzwecken hier genutzt worden, sondern ursprünglich ist das eigentlich eine alte Gaswirtschaft und so wie sie eigentlich aufgebaut ist. Man kommt rein in einen großen Einladen in den Flur, dann geht man nach links weiter, wo früher mal der Tresen gestanden hat und dann kommt man halt in diesen Raum hier rein, den ich mit einer der wunderschönsten Räume hier finde, durch diesen Saal und dann eben halt durch die Bühne, die wir da im Hintergrund sehen. Und hinter dem Tresen, was ich gerade angesprochen hatte, da ist dann auch die Küche eben halt, die früher da war. Aber nicht nur die Immobilie an sich ist ja außergewöhnlich, sondern auch das Drumherum, denn da ist noch mal sehr viel mehr Platz, richtig? Ja, also das nicht nur drinnen zeichnet sich die Immobilie aus, sondern auch im Außenbereich. Da gibt es so viele schöne Plätze, so viele schöne Plätze, in denen man ja entweder seinen grünen Daumen irgendwie weiterentwickeln kann. Es gibt viele Plätze ja für Kinder in diesem, hier aktuell gibt es ja Enkelkinder, die das als Abenteuerspielplatz nutzen. Es ist schön eingefasst, das Grundstück und ich glaube, dass man sich hier sehr, sehr wohl fühlen kann. Und es ist sehr ruhig. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier auch im Wohnzimmer oder ehemaligen Saal und es gibt kaum Geräusche so von draußen, außer natürlich Naturgeräusche. Also die Lage ist ja sehr ruhig, aber trotzdem ja nicht ab vom Schuss. Genau, du bist ja mitten in Angeln im Prinzip, mitten im Grün und hast es gar nicht so weit, zum Beispiel nach Sörup, wo es zum einen eine Bahnverbindung ist, die Bahnverbindung von Flensburg nach Kiel und zum anderen also eine super Infrastruktur, also mit allen Dingen, was man eigentlich zum täglichen Leben braucht. Deshalb kann man mit dem Fahrrad hinfahren, man ist schnell mit dem Auto nach Flensburg oder an der Flensburger Förde. Also von daher ist das ein optimaler Startpunkt für viele Dinge. Mitten in der Natur und doch alles bekommen, was man braucht. Genau. Man spürt, dass hier ganz viel Geschichte drin steckt. Wenn man sich jetzt für diese Immobilie interessiert, was für ein Service für die Interessenten bietest du denn an? Wie kann man näher in die Immobilie einsteigen? Ja, also wenn man von weiter weg kommt, dann würde, dann biete ich den Kunden an, dass wir vorab eine Besichtigung machen, einen PC, eine sogenannte 360-Grad-Besichtigung. Da würde man einen Termin festmachen und in diesem Termin kann ich die Immobilie zeigen. Ich kann den Kunden sehen, er kann mich sehen, mich hören und wir würden so durchgehend durch die Immobilie, wie man das bei einer echten Besichtigung machen kann. Das nächste ist, dass wir den Interessenten anbieten. Also wir werden zur ersten Besichtigung, werden wir ein vollständiges Energiekonzept auch hier haben. Also ich gehe in diese Immobilien auch immer mit einem Energieberater rein, neuerdings, weil das ein ganz großes Thema ist jetzt gerade so in dieser Zeit. Und dann werden wir, haben wir viele Preise auch eingeholt, also genau was ich vorhin ansprach, wegen der Heizung zum Beispiel, damit man sich so ein ganz gutes Bild machen kann. Letztendlich, wenn das vom ersten Augenblick stimmt, also auch von dieser 360-Grad-Besichtigung, wird halt eine Live-Besichtigung vor Ort gemacht, wo wir wirklich dem Kunden ganz viel Zeit geben für die ganz vielen tollen Eindrücke, die es hier gibt. Das heißt, wer sich jetzt interessiert, muss was machen? Ja, jetzt einfach entweder zum Hörer greifen und in unser Büro in Saartrup anrufen oder eine E-Mail schreiben und wir werden uns auch dann schnellstmöglich melden, dass wir entweder eine 360-Grad-Besichtigung mit Ihnen vereinbaren oder eine Live-Besichtigung vor Ort. Dann hoffen wir, dass die Telefone bald glühen und die E-Mails eintrudeln und hier bald die ersten Live-Besichtigungen oder Online-Besichtigungen stattfinden. Hoffen wir, dass ganz tolle neue Bewohner hier bald leben. Ich liebe diese Immobilie. Wirklich schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr schön. Hat mich auch sehr gefreut, dass du wieder da warst. Ahoi! Das war's. Das war's.